Wahrscheinlich eh kein Boss-Layer sein, ne? Ähm... Keine Ahnung... Kann man seeeeee... Ja... Ich hab jetzt gar nicht so im Kopf, wie Leute aussieht. Das ist mit diesem... Ähm... Sumpfgebiet mit den Häusern da im Ding drinnen. Doch, doch, da gibt auch Boss. Da geht auch Boss? Hab ich noch nie gehabt. Doch, da gibt auch Boss. Der sitzt dann in der äh... mittleren großen Scheune. Ricken im Sumpf. Und da kommst du so scheiße rein. Oh, glaube ich. Nur Leiter. Oh, der nächste Punkt ist direkt hier. 2,25. Jupp. Ach, jetzt ist egal. Jetzt gucken die Enten mal oder hoch. Oh... Ich will die machen. Hier sind Punkte. Aufklärtungspunkte. Willst du Mucke? Ne, nimm ruhig. Alles gut. Nächster Punkt wäre 2,40. Ist das unser? Ja. Daryl. Oh, da ist ein Feuermann. Braucht jemand noch? Ja, warte mal. Okay. Plipp. Und da war auch der Mut. Erstmal war ich schlauer. Hm. 2,40? Gestern habe ich gegen den Kopf geworfen, das Ding. Da hat er sich bloß umgedreht und so. Da hat nichts gemacht. Ich wusste nicht, wer erst kam. Oh ja, da kommen Schüsse. Mhm. Da wird wohl der Boss sein. Ah, Hilfe. Der Baum hält mich fest hier. Das ist Viehzucht, ne? Kommt der da aus Viehzucht? Ja, hier ist der Boss. Der ist laut. Gut. Wow. Auch so ein rotes Fass. Hier hinten. Ist der Boss hier? Ja, der Boss ist da unten. Rote Fässer aufpassen. Auf jeden Fall, bitte. Klingt aber weiß. Da ist keiner drin. Können wir verbannen, wenn wir wollen. Muskel, bitte pass auf die roten Fässer auf. Ja. Das gelbe Fass wird auch markiert. Der mag wieder Feuer. Äh, Gift meine ich. Also jedes rote Fass habe ich jetzt mit Dingen gemacht. Mhm. Das Pfeile als aufpassen, bitte. Also wie viele Raben wollen sie haben? Ja. Hallo? Mühe? Ist der unten? Ja, unten. Ja, immer. Ich glock den schon die ganze Zeit. Oh, Mist. Aber ist oben gar kein Bosslayer oder was? Nein. Ja, das Pfeil ist mir. Ja. 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 Das war's für heute. blinkt rot hunde von 300 müssen die wenigstens verband bekommen hunde von 300 hinten bei 90 sind raben der kommt schon ich verbanne ja werkzeug munition und der falle ist gut ist bei dir muckel einer mindestens zwischen dir und sanjo ist er unter mir unter mir da sterben gerade so einige pass auf dass ein rotes pass in die richtung wo du schießt braun einer war gegenüber der hütte drin habe ich gesehen welche hüte äh bei 330 ja bei 330 oder wo ist die ja er ist immer noch da drin wo 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 bei au der zieht auf mich der hat blut ich hab der hat blut muni wer ist immer noch da drin links von mir vor der tür hat doppel kürzlich vergiftet auf jeden fall gewesen bei mir bei mir ist was soll ich wieder zumachen geh raus ist wieder vergiftet hab ihn muckel was wie sieht es bei dir aus wie viele muckel einer ist nach rechts gelaufen kann mich nicht heilen jetzt einer ist tot möglich hebt mal auf und guckt mal bitte jo einer hier direkt bei mir bei 165 unten unten an der tür ja ansonsten sehe ich keinen mehr nur noch einen unten an der tür hier bei mir irgendwo hier im tunnel tunnel ja unten drunter hier hier liegt einer tot ja den hab ich geholt da unten ja hast du noch was zum schmeißen muckel äh nur eine sticky warte mal kurz der läuft weg da will mich da will mich wo ist der unten im tunnel immer noch hier unter euch genau unter euch ihr müsstest zu mir reinkommen hier unten in den tunnel rein da ist ein loch bei mir ah ok da ist der da ist der hier draus ne ist hinter der dinge hinter der scheune hinterm ja der ist jetzt oben ich brauche hilfe jetzt muss erstmal wieder reinkommen wer ist dann die flamme reingelaufen das ist ja unten so und jetzt 250 weiter weg unten oben oben versuchen mucke zu holen irgendwie keine ahnung ich habe das noch eine sind ich habe gar keine sicht mehr für mich hat sich das erledigt könnte auch in der scheune sein warte mal ich guck noch mal warum hast du deine falle in die licht das bringt doch nichts ach so wie die von außen zu waren oder ja weil die einzige die tür hier in der nähe unten und dann los mucke holen ich nicht oben bist du da hochgekommen der ist schon drin der ist schon drin der tappt da ist unten ja das hier bei mir der wixer hat auch gibt super gleich gucken ob noch jemand da ist nix geil auch mucke ich wollte ich ja ich muss auch mal finden die blöde leiter andere ding wird verbannt hast du die leiter ja so wie viele gegner hatten wir jetzt hier eigentlich also ich habe drei geholt glaube ich wo habt ihr die alle geholt also einer nicht hier unten denn unten habe ich ja gerade geholt ja den blauen hier genau wie gesagt bei mir dann hinten am zaun habe ich eingeholt hier liegt einer aber da ist immer durch meine falle gelaufen an die warte mal ich habe eine explodieren lassen war dann mal stoppen was ich habe kein platz mehr zum lieben achten da ist noch ein rotes fass hier ist auch mal einer ja wie gesagt ich kann die eh nicht mehr looten weil auch so kein geier den einen konnte ich nicht loten weil er sagt kein platz mehr wo ich denn ich hatte den konnte ich jetzt wieder der ist hinten hinter der scheune acht augen spieler unten und hat sich wiederbelebt anscheinend scheiße haben wir nicht aufgepasst unten im loch ist einer hier ja ja unten im tunnel wieder drin im tunnel ich habe dynamit wenn ich jetzt mal ein loch darunter finden würde ach lol das war nicht so gut der sitzt da unten hinten mucke komm mit du musst hier runter du musst runter gehen hinter uns genau hinter uns mucke hier ist der tunnel mucke treffen nicht leider das sitzt immer noch da hinten in der ecke zwei sind es wieder außen ist einer aufgestanden scheiße was auch mucke verschieden sagt mir nicht du bist in deiner eigene falle gelaufen nein 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 außen am zaun ist einer nein der hat mich auch geholt wie denn der holt das alle weg hier unten er nimmt sich die bounty hat sich gehalten ich muss aber getradet haben was macht ihr denn da unten zu zweit der war echt gut die haben aber nicht zusammen gehört so der ist jetzt auch leider tot ne die haben waren zwei verschiedene der eine hat mich jetzt den anderen erschossen was für eine schmache schade aber gut wir haben einen schönen fight haben wir gemacht ja ein paar gebrannt lassen ein paar verschüftet wie konnte der wieder aufstehen da muss der einzelspieler gewesen sein einzelspieler da hätten wir viel mehr aufpassen müssen aber wie willst du die ja wie willst du die alle schnell abfackeln noch die hätten wir noch abfackeln können wir haben hier fast nichts hier unten gehabt das war scrappy wir waren ja permanent die ganze zeit in irgendwelchen fights verwickelt 6 gegner getötet warte mal 1 ne capillo da waren 3er team ein 3er team noch ein anderes 3er team mr dvd aber der ist nicht getötet worden oder hatte keinen von uns getötet es waren noch 2 3er teams aber jedes mal war irgendwie ein unbekannter mit dabei mhm ok muss mal folge wenden tschüss ja tschüss ihr habt einen